Einen wunderschönen guten Morgen und Willkommen zurück zu The Racing. Ja, wir müssen erstmal zur Polizeistation. Nur, wo ist die denn jetzt eigentlich? Hm, die ist da unten. Okay. Gut. Diesmal nehme ich nicht so ein scheiß Fahrzeug, das könnt ihr aber wissen. Kontrollfahrzeug im Biswag, ne. Hm, blöde Kuh. Den hab ich ja lange nicht gehört. Wie war das Schießen gleich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, genau so. Was einer hat, hat man. So, äh, wo ist denn der eigentlich? Dieser Typ. Ach, da drüben. Ach du heilige. Sollen wir da erstmal hin machen? Komm, machen wir da hin. Das markiere ich jetzt einfach mal so. Jetzt muss ich aber, äh, gerade durch. Immer gerade durch, bis zum Einsatzziel, sag ich jetzt mal. Und dann, beziehungsweise vor dem Einsatzziel. Ne. Man muss ja so scheiße fahren. Also gerade durch. Dann links weg. Die Gasse komplett runter. Und dann immer geradeaus. Und dann irgendwo, ja alles, glaub ich. Boah, gerade so. Alter, verwalten. So, reinhalten ganz kurz. Scheiße, wie komm ich denn hier vorbei? Ach nee, hier muss ich ja hier lang. Genau, so war das ja. So. Jetzt hier lang? Den hatten wir aber lange nicht. Komisch, wo waren da die ganze Zeit? Alter, verwalten. Wo kommen die überall her, sag mal? Ist ja nicht normal. Wow. Nüsse. Was macht ein Schiff hier? Ist das ein Schiff? Ja, das ist ein Schiff. Was macht das hier? What the fuck? Die explodieren Dinge, die will ich gar nicht überall wissen. So, hier lang. Aber ist krass einfach nur. Wie viel Zombies werden die schon getötet haben? Das hört einfach nicht auf. Ich mein, wir sind bei 7000. Ich muss doch irgendwann mal aufhören. Das war krass. Ist aber auch ein echt scheiß weiter Weg, ey. Ups. So, wo muss ich jetzt lang? Ähm. Ja, zu Fuß. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Waaah. Schade um das Fahrzeug, aber naja. Das nüsst mir jetzt hier gerade gar nichts mehr. Die sehen dich überall und alle. Schnell weg. So, mal sehen. Was der hat. Oh, das ist auch ein ganz kurz weg. Hm? So, was hat denn der hier? Warum heult er rum? Kann doch nicht so schwer sein. Oh Gott, ne Pussy. Oh, Bauplan. Man muss das halt immer wieder machen, denn... Das seht schon. Ein Pop-Ausschnitt und Spring-Stock. What the fuck? Oh Gott, hör auf zu heulen, Alter. Gut gemacht. Wow, das wird extrem viel Schaden machen. So, was hat denn der hier? Also mal... Boah, ist ja widerlich. Wie gesagt, wir müssen die Missionen machen. Denn... So kommen wir an die ganzen Baupläne. Ja, ist mir schön klar. Hey, hey, schon gut. Was ist los? Kann ich dir helfen? Das Fidderjohn war mein einziges Andenken an meine Tochter. Der Kerl wollte mich aus der Stadt bringen, wenn ich es ihm gebe. Ich hatte Angst. Ich war schwach und habe zugestimmt. Aber er hat es genommen. Und mich hier dem Tod überlassen. Wie schrecklich. Vielleicht kann ich das Medaillon zurückholen. Wenn das hilft. Mir ist egal, ob ich sterbe. Ich will nur das Medaillon zurück. Das ist, als hätte ich sie verraten. Ich hole erst mal die ganze Zeit rum und schaue nach links und rechts. Na gut. Kann ich hier nicht einfach eine... draufknallen und fertig? So. Was ist das denn? Painball-Gewehr? Hm. Was kann man denn? Dummy noch alles machen? Pistole. Hm. Haben wir hier noch irgendwas? Nope. Na gut. Wo ist denn das Medaillon? Von dem er sprach. Das ist ja sonst wie weit weg. Boah. Alter Verwalter. Ist das... Nee, nein. Kann ich auch nicht rein, oder? Weil ich das jetzt gerade hier sehe. Doch, hier kann ich rein. Ach so, stimmt. Das war ja das Ding auf dem Dach. Geh mal weg hier. Wie komme ich denn da hoch? Sag mal. Hm. Nicht so, wie ich mir das jetzt gerade denke. Sag mal. Du spinnst wohl. Na gut, hole ich mir später. Jetzt brauchen wir erst mal ein Auto. Und ich will jetzt diese komische Hand ausprobieren. Wow. Ich bin begeistert von dem... Damage. Den wir hier... austeilen. Bist du mich verarschen eigentlich? Hör ab. Ich will wissen, was dieser... äh... Ulti ist. Oder dieser Finishing Move. Das will ich jetzt hier noch wissen. Dafür brauche ich aber ein paar... Zombies. Dass das Ding überhaupt Damage macht. Das wundert mich eigentlich. Ah, hier haben wir noch ein paar mehr. Dass die immer gleich schmusen wollen. Das ist ja egelhaft. Oh, die haben eine Axt, die haben eine Axt, die haben eine Axt. Die haben eine Axt. Das ist nicht so geil. Scheiße auf den Ulti. Ja, und die ganze Zeit schon Besuch. Wenn du es vielleicht noch gar nicht gemerkt hast. Alter, Verwärter. So, was ist dieser Ulti hier? Ach, der hat gar keinen. Naja gut, auch gut. Ne, also ganz ehrlich. Das ist ja mal... Völlig Banane, das Ding. Weg damit. Brauche ich nicht. Hier sind Wellen. Perfekt. Wenigstens etwas zum Fahren. Ups. Wo muss ich denn hier hin, bitteschön? Äh, natürlich fahre ich falsch. Aber hier gibt es etwas. Und mit Explosionen komme ich ja an. So muss das doch sein. Hier gibt es einen Bauplan, aber... Den würde ich schon gerne haben wollen. Wenn es die Scheiße zugeschlossen wäre. Und ich bin natürlich falsch gefahren. Ist ja ganz klar. Warum soll ich auch richtig fahren? War ja zu einfach. Na gut. Dann fahre ich eben wieder zurück. Ich habe da gerade was gesehen. Damit sind wir etwas schneller. So, wohin jetzt? Äh... Die nächste Abbiegung. Wow, 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 wow. Hier rein. Und hier lang. Waaah. Waaah. So, und dann? Immer geradeaus. Man sieht es dann schon. Ja, das Auto ist ein bisschen besser. Ehrlich mal, haut doch mal alle ab. Ist ja unmöglich hier. Öh. Wo ist denn der Kack jetzt? Das ist ja wie so ein Weg rumstehen müssen, sag mal. Schöner Autowoggen. Und was macht das Schiff eigentlich hier? Was schießt hier eigentlich? Ich bin doof. Ich muss doch das machen. Und jetzt bin ich hier... Boah. Tio, sag mal. Was will ich denn bei der Hauptmission? Ich muss doch die Nebenmission machen. Und das war gleich um die Ecke gewesen. Es ist, äh, ihr müsst, äh, mal entschuldigen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Und da ist das Gehirn noch nicht so wirklich vorhanden. Beziehungsweise... Beziehungsweise es ist noch nicht so wirklich aktiv. So, hau mal ab hier, du blöde Kuh. So. Wenn das weitergeht, habe ich keine Ahnung mehr. Es war ja gleich hier um die Ecke gewesen. Ach Gott, ey. So. Blödes Metalung. Metalung, genau. Ich hält einfach die Klappe. Jetzt haut doch mal alle ab hier. So. Ah, muss ich hier rein. Eww. Du warst nicht mal im richtigen Leben attraktiv. Ich bin hier. Oder muss ich hoch? Scheint so, dass ich nach oben muss. Dildo auch da? Äh, ganz große Klasse. Sag mal. Hast du's geschnitten? Ekelhafte, wenn du kein Ärger willst. Ich schleuse keine Leute mehr aus der Stadt. Also, ziel einen. Du hast denn was gehört. Wenn du verschwindest, passiert dir nichts. Oh, 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 oh. Bitte was? Super Massagegerät. Massagegerät und Loppgebläse. Ich ahne, schon wieder Schlimmes hier. Was kann man denn daraus bauen, bitteschön? Naja. Ich behalte's mal. Kombi. Boom-Kanone. Nee, 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 nee. Ich will das... ...extra haben. So, du Vogel. Was ist mit dir los? Ich will das Medaillon, das du einem traurigen Freund von mir abgenommen hast. Ach ja? Hast du das gehört, Jesse? Sein Freund ist traurig. Soll ich ihm noch einen Grund mehr geben, traurig zu sein, Mr. Damari? Er trauert um seine Tochter. Er dachte, du würdest ihn gegen das Medaillon aus der Stadt bringen. Ein cleverer Geschäftsmann nutzt jede Gelegenheit. Außerdem weiß jeder, dass man hier nicht rauskommt. Sag deinem traurigen Freund, dass er sich sowieso bald wieder sieht. Und jetzt verschwinde. Etwas Mitgefühl könnte dir nicht schaden. Und dir könnte etwas Respekt nicht schaden. Tja. Das war klar. Und nun sterben sie. So. Obwohl, jetzt benutze ich mal das Massagegerät. Warte, warte, warte. Ich hab mir den Job nicht ausgesucht. Ich stand in seiner Schuld wie dein Freund. Ich konnte nicht ablehnen. Moment mal, halt stopp. Ich schieße. Boah. Ich schieße Dildos. Liebbrige Dildos. Glaub mir, ich würde nie bei einem anderen Kampf kämpfen. Du brauchst du Unterstützung? Wie wär's? Okay. Aber mach gefälligst sonst keinen Blödsinn, okay? Gehen wir. Oh nein. Das will er nicht haben. Na gut. Wie war's denn damit? Hier, bitte. Gott von, her damit. Dildo. Wo leben wir denn hier, bitteschön? Loli? Na, warum nicht? So. Steuertu ist mein. Ich komm da nicht hin. So. Haben wir hier noch irgendwas Nützliches? Nee, Schuhe will ich davon nicht haben. Hm. Nee, sieht nicht so aus. Diese Maske kenne ich schon. Nee, hier ist nix mehr. Gut. Ab nach unten. Wo leben wir denn hier, bitteschön? Sag mal. Tod durch Dildo. Die einfach so, sogar noch stecken bleiben. Wie ironisch ist das denn? Ja, warum nicht? Ich schräu mich einfach mal auf. Das ist wie ein Granatwerfer. Müssen wir ein bisschen höher halten. Ich halte einfach mal ein bisschen höher. Vielleicht trifft es jemanden. Ist das widerlich. Aber geil zugleich. Das hat aber auch extrem viel Schuss im Wund. Nimm da eigentlich die ganzen Dildos her. Das war doch nur einer. Ja, fuck. Eigentlich auch. Das wird wieder ein toller Name. Dildo-Kanonen. Ich mach darüber keine Witze jetzt. Ich verkneife mir das gerade irgendwie ganz groß. Ganz groß ist aber auch das schlechte Wort, weil. Ja. Nee. Es sind sonst zu flache Witze. Könnte man auch wieder falsch sehen. Flach und... Ach, ist doch egal. Du hast dabei mit der Sache abzuschließen. Danke. Danke. Du hast ein Stück von dir zurückgebracht. Könntest du mich jetzt in Sicherheit bringen? Ich brauche Zeit zum Trauer. Ich hab dir keine Sorgen. Ich finde schon eine Dichtung. Hä? Hat er nicht gesagt, äh... Kannst du mich zurückbringen? Und jetzt sagt er, nö, äh... Er schafft schon alleine. Naja, gut. Wenn du das so meinst, dann ist es wohl so. Jetzt brauche ich auch schon mal ein Auto. Irgendwo. Ach, hier. Scheiße, Mann. Ja, da war heute pünktlich. Ausnahmsweise mal. Sonst kommt er mal spät, aber heute mal pünktlich. So, was haben wir hier drin? Kann ja sein, dass wir irgendwas gebrauchen können. Scherchen. Nee, das will ich nicht. Irgendwas hier Gutes. Beutel mit Murmeln. Ja, mit der Hilfe. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mit der Hilfe das... Nee, irgendwie ist es nicht so meins. Aber ich hab keine Lust, dass die dann wegsterben und ich seh dann hier alt aus. Das will ich ganz und gar nicht. Von daher... Lass ich das erstmal so. Wo gibt's denn hier auch scheiß Autos, sag mal? Gibt kein Auto hier. Habt ihr schon alle demoliert, oder wie sieht das hier aus? Sieht wohl so aus. Kein Auto in der Nähe. Aber hier müssten welche stehen. Benutzbar, benutzbar. Ja, ich mach's gut. Den lass ich einfach mal zurück. Wegen das. Boah. Pfuiuiuiui. Jetzt war ich doch wieder falsch. Ich war ja nur falsch, kann das sein? Aber nun gut. Ich würde sagen... Wir sehen uns also dann beim nächsten Part... Dann vor der Mission. Und... Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns. Bis dahin. Wir sehen uns mal本er. Wir sehen uns mal. Untertitelung des ZDF, 2020